Heute machen wir das ultimative Lucky Block Rennen gegen Mobs. Wir werden zum ersten Mal zusammenspielen. Schaut bis zum Ende und los geht's. So Kaspar, bist du jetzt heute bereit gegen Monster zu kämpfen? Alter, ich werde die alle zerstören. Wie, was meinst du mit Monster? Das Ding ist, wir sind heute in einem Team. Das bedeutet, aua, ey blöde Spinne, hau ab. Ein Lucky Block Race zusammen gegen andere, oder was? Warte, ich bin hier gerade eingespült auf dem Wasser mit einer Spinne direkt vor mir. Ich seh's gerade. Oh, blöde Spinne. Oh, schwimmt aber wieder raus. Okay. Ja, genau. Und zwar, wir werden heute probieren, gegen richtig krasse Monster zu kämpfen am Ende. Ach, lol. Und werden die immer krasser? Alter, die spawnen hier einfach. Ich seh's gerade. Wizard. Ja, der ist auch gerade bei mir gespawnt. Äh, ich wurde geholt? Einfach so? Von dem Wolver? Bro, ich spawn direkt nochmal Wizard-Skelett bei mir. Ich komm nicht mal einen Meter weit. Was ist das? Ja, du musst die einfach runterhauen. Das geht dann. So, der ist runtergehauen. So, den hier und den hier. Ey, ich krieg den nicht mal runtergehauen. Oh Gott. Schnell weg hier. Wir sind nämlich Zombies die ganze Zeit eben hier. Na komm doch, Kollege. Na komm doch. So, Nummer eins ist weg. Und der nächste. Oh, schärfe. Ey, das ist besser als mein Schwert. Ey, ey, was? Der holt mich mit zwei Hits? Das ist ein Monster. Die spawnen bei mir hier die ganze Zeit. Die spawnen bei mir die ganze Zeit die Wizard. Das ist in der vierte oder so. Das holt mich mit zwei Hits, ne? Das ist so ein Villager oder sowas. Achso, der Ack, der ist ein Holzfäller, glaube ich. Ist ein Baumtypi. Abhauen. Okay, ich hab beide geholt. Alter, und Wulfeskelett. Okay. So, okay, der soll abhauen, der mit seiner Axt. Mit seiner blunden Axt. Ich krieg den nicht gekillt, Bro. Ich komm nicht mal weiter. Das ist ja todesschwer. So. Ich geh jetzt schnell zum Checkpoint erstmal hier. So, ich hab den Checkpoint. Und die spawnen. Ich bin immer noch beim... Ich hab ein Lucky Block bisher geöffnet, ne? Ich hab ein Lucky Block bisher aufgemacht. Ich mach hier ganz viele gerade auf. Und jetzt spawnen Wizard. Was ist das? Und Regen. Ich esse jetzt mal einen Goldapfel hier. So, zack. Ja, gönn dir mal den Goldapfel. Ich will nämlich auch nicht killen. So, okay. Ich bin mit meinen Sachen ganz zufrieden. Ich bin jetzt ja beim Checkpoint schon hier. Oh nein. Oh Gott. Jetzt kann endlich mal die Chance hier kommen. Ey, was? Ich komm ja nicht hoch, Alter. Was ist das? Okay, was komm ich hier drin? Zwei verzauberte Goldapfel und Diamantschwert. Endlich bin ich oben. So, und jetzt brauch ich auch den Checkpoint schnell. Da hast nämlich doch alles mit hier. Oh, Verbrennung. Hau ab da, du blöder Holzhäller. So, ich hol mir jetzt ganz schnell den Lucky Block. So, weg damit. Hier ist ein Stärke-Trank. Den kann man, glaube ich, benutzen. Nachher ist für uns gut. Ja, du ist los. Und Karotten. Und Chef 1 Buch. Boah, ich hab ganz geile Sachen, glaube ich, gerade bekommen. Okay, ich hab's halt abbauen jetzt hier. Das ist einer vor der... Ey, da sind drei Holzhäller vor der Tür. Ich weiß, es ist holopäisch. Ja, Trott. Ich öffne gerade so viele Lucky Blöcke. Oh Gott. Alter, ich öffne gerade so viele Lucky Blöcke. Oh, bei mir läuft das gut. Jetzt hab ich's ja alle. Alter, jetzt läuft das richtig gut bei dir. Okay, ich hab ein Herz noch, aber kein Problem. Ich werde das jetzt überleben. Nein, ich hab Golem angegriffen, ich Idiot. Alter, ich hab ein Diaschwert, Verbrennung und Angriffsschaden 13, Alter. Boah, was? Das Ding ist, ich bin bei einem Items echt nicht zufrieden, ne? Ich kann schwimmen. Nee, ich bin... Bei mir geht's... Es geht, es geht. Es geht. Das ist in Ordnung. Ehrlich, bei dir ist es in Ordnung? Ja, bei mir ist es in Ordnung. Aber ich brauche noch eine krasse Rüstung. Das wäre noch. Komm, erzähl nochmal was Gutes. Nein. Machen wir am Ende einen krassen Kampf gegeneinander oder gegen PV... Also gegen die... Ich glaub gegen Mops. Ich glaub gegen Mops. Ja, genau. Ey, die sind so schwer, die Zombies. Oh Gott, nein, ich hab mich mit dem Golem angelegt. Nein. Das ist natürlich nicht angelegen. Ren, du Golem, ich weiß. Ausgesehen. Ah, weg mit euch, ihr blöden Hexen. Hexen. Ah. Oh mein Gott. Oh. Ab, du. Ey, nein. Die blöden Axtfälle, Alter. Die sind richtig fies. Ah. Oh, zwei Herzen nur noch und... Ich krieg nur Pech gerade. Oh Gott. Oh, schärfe Dreischwert. Ah. Na, ihr Kollegen. Wie geht's euch? Und Spaß ist... Jetzt bin ich wieder langsam. Oh mein Gott. Ein Iglu. Ja. Ey, das Ding ist... Aber jedes Mal... Hab ich eine... Oh, die Dia-Busplatte. Das ist gut. Ja, Dia-Equip. Halt's ab. Eine verzauberte Dia-Rüstung. Oh, ganz stark. Ich bin mit meinen Sachen... Oh mein Gott. Ruhe, Waskelett. Hau bloß ab. Und die ganze Spin. Haut ab. Lass mich in Ruhe. So. Da ist noch Ruhe, Waskelett. Ey, jetzt hat mich das wieder berührt. Ja, ja, ja. Ich sag dir diesen... Alter. Ja, ich hab auch die Dia-Ausrüstung. Sehr gut. Sehr gut. Ah. Was ist hier? Ey, die holen mich jetzt. Die holen mich. Den nehmen wir gerne mal mit. Ach, die hab ich geholt. So, zack, zack. Äh, zack, zack. Ah. Nein. Aua. Ey, das kann nicht sein jetzt hier. Ey, Mann, ich wohnt wieder geholt. Mein Gott, ich hab zwei Herzen. Den hier. Weg damit hier bei dem ganzen Zoll. Das wollen wir uns nicht mehr. Sechs angespannt. Ah. Oh, okay, okay, okay. Und jetzt sind wir, glaube ich, gegeneinander, äh, zusammen. Zusammen oder gegeneinander? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind jetzt zusammen. Okay. Ich bin mir immer gespannt. Ja. Oder? Oh mein Gott. Ja, Welle eins. Welle eins. Okay, okay, okay. Okay. Spinnen! Pass auf. Na. Und weghauen. Oh, noch ist easy. Noch sich easy. Oh mein Gott, da sind sogar Creeper, Alter. Die haben ja gar keine Chance, Bro. Und der Creeper, den müssen wir nutzen. Der muss alle hochladen. Alle hochladen. Lass mich mal durch, da. Nee. Alter, die haben echt gar keine Chance, ne? Die haben keine Chance, da, Alter. Hau ab jetzt, hier, Kollegen. Das war grad mal Welle eins, Alter. Die haben wir schon direkt gewonnen. Jawohl. Okay, pass auf. Ich will mal Welle 2, will ich die mal vergiften. Warte, geh weg da, geh weg da. Weg da, weg da, weg da. Der Komplett, spinn. Alter, wie viele. Wie viele. Oh mein Gott. Frank der Stärke. Ah. Okay. Bam, bam, bam. Oh mein Gott. Bam, 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 bam. Ich dachte, ich darf nicht in die Lava fallen, ne? Dann war es das in mir. Oh, die Creeper alle weg. Oh, ich habe nicht in die Lava gesehen. Sorry. Nee, nee, kann man nicht, kann man nicht. Nein, das war es in mir. Wieso? Alles gut. Ich dachte grad schon, das wäre es in mir gewesen. Wieso das denn? Ich darf nicht in die Lava fallen. Geh drauf, glaube ich. Dinges, du kannst ja einfach, die meisten einfach nur, ja. Oh, die haben keine Chance gegen mich, Digga. Übertrieben keine Chance. Die sind so schlecht. Ja, die Creeper hat sich selber geholt. Ich hätte noch eine Armbrust, finde ich, wenn du eine Arzt. Armbrust? Nee. Okay. Ich habe keine Pfeile. Die blöden Spinnen sind los hier. Zack, 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 zack. Oh mein Gott. So, ich hole sie jetzt gerade alle jetzt hier. Oh, jetzt haben die Zombies und Rüstungen. Ja, nicht mit uns hier. Kommt der, je blöden Zombie. Zack, zack. Oh, jetzt würde ich ohne diesen Goldapfel machen, ne? Oh, so, nochmal Vergiftungstrank rein beim Zombie. Hier auch nochmal Vergiftungstrank rein. Ich würde die ganze Zeit draufgehen ohne diesen Eintranken. Ich helfe dir. Ich habe gerade Probleme. Zack, zack. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh mein Gott. Dieser Stier, der steht dir, Stier. Oh, komm her, komm her. Ja, ich habe ihn vergiftet. Ja. Ja, okay, hau ihn weg. Ja. Sehr gut. Und da vorne ist ein longes Skelett. Ey, ich regeneriere nicht. Ich habe nur zwei Herzen, hast du noch einen Goldapfel? Hast du noch einen Goldapfel? Ich brauche den. Gib mir den, du hast einen Full Life. Gib mal bitte. Mann, ey, das ist mein letzter. Ja, gib dir jetzt zwei Herzen. Was zu essen. Was zu essen. Bro. Was zu essen. Was zu essen. Du musst es alleine machen für uns. Ey, komm schon, du schaffst das. Ja, weil du so kierig und geizig bist. Weil du so geizig bist. Oh mein Gott. Ey, warum stirbst du denn? Digger, du hättest mir einfach deinen Goldapfel geben können. Den brauchst du eh nie. Doch, natürlich. Ohne den würde ich dich nicht überleben. Ja, den brauchst du. Mann. Nein, verdammt. Oh, das will ich niemand schaffen, Bro. Ja, Mann. Aua. 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 Ja, ja, ja. Du schaffst das, du schaffst das. Los. Wir sind auf die fokussiert. Ja. Wir sind auf die fokussiert. Ja. Ja. Geh die, geh die, los. Ja. Du schaffst das. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ja. Oh mein Gott. Und? Das hat uns gelapst. MLG. Aua. Aua. Ja. Ja. Juhu. Ja. Wir haben es geschafft. Nein, ich habe es nicht geschafft. Aber egal. Das stand nice try. Du, 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 du. Yo, Kaspar. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Guck mal, pass auf. Ich gehe ins Lederne Team. Oh. Und ich gehe ins Gelbe Team. Oh mein Gott. Oh. Da bist du. Du bist voll stressig. Ich mache mich heute fertig beim Lucky Block Rennen. Du hast keine Chance. Ja. Okay, mach mal auf. Deine sind die. Ha. Ja, das ist das denn. Guck mal, das passt ja zu dir. Du bist auch ein Fisch. Ey, du bist selber ein Fisch. Okay, dann mach deiner auf. Jetzt bin ich gespannt. Gold Nucket. Naja. Ey, die nerven mich. Hau mal ab jetzt, ihr blöden Fischis. Okay, aber wie cool sehen deine denn aus? Die sind einfach lila. Oh, aber die geben mir was zu essen, ne? Ja, meine sind lila. Hier gibt es leider keine Farbe rot. Oh mein Gott. Direkt ihr, Bruder. Sag mal. Nein, das kann nicht sein. Sag mal. Tja, Kollege. Mal gucken, was kriegst du hier. Okay, okay. Und auch. Oh, was? Nein. Gold Schärfe 4. Was? Ey, du bist so ein Glücksbild, ne? Bist du ein Glücksbild. Lieste. So muss das. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hast du es regnen lassen? Was hast du bekommen gerade? Ähm, gar nichts. Hä? Das ist einfach kaputt gegangen, das Ding. Ich hab drei Eisengolems hier bekommen. Richtig unnötig. Dann hab ich es regnen lassen aus Versehen. Ach so. Lol. Ey, wie lang geht denn ein blöder Regen, Alter? Weiß ich auch nicht. Ich hoffe, der... Ja. Gott sei Dank. Er war vorbei. Oh. Okay, warte. Oh. Erlich, einmal. Gegen Vergiftungen. Ja, gegen Vergiftungen. Oh. Redstone. Aber du hast doch keine Hacke, um die abzubauen. Haha. Nochmal Diaboot. Sogar mal Zauberte. Wir haben Dornen drei, Federfall vier, Wasserläufer. Oh mein Gott. Hyperkeit. Was ziehst du denn da, sag mal. Ey, echt extrem, extrem Sachen zieh ich hier. Ja. Was hast du bekommen? Oh mein Gott. Schuss sicher vier, Reparatur eins. Was? Ja. Oh mein Gott, Alter. Alter, jetzt geht's doch noch los. Ich krieg ne Eisenbrust, ne? Schutz vier. Okay. Was ist das denn? Einfach nur ein Eisenblock. Ein Eisennugget, ne? So komm schon. Ich hab... Ach ey, was ist das denn? Schreibe. Party, Party. Okay, Party, Party. Oh mein Gott. Oh, hier kannst du aber craften. Hier kannst du craften. Ich kann jetzt sogar rüber gehen. Hau ab hier, Kollege. Ja, okay, okay. Das ist einfach der Durchgang jetzt zu uns. Kannst du später craften. Ja, ist echt der Durchgang. Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich hab sechs Goldblöcke bekommen. Oh nein. Oh nein. Aua. Ey, die greifen mich sogar an. Ich brauch den Milcheimer. Ich brauch den Milcheimer. Die vergift mich. Au. Au. Ey, hol sie dir. Gib mir mal den Milcheimer her, da, bitte. Ja, ja, ja. Los. Hier, hier, hier. Danke, 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 danke. Nimm ihn, nimm ihn, nimm ihn. Okay, komm, ich mach den nächsten jetzt hier. Ah, ich brauch auch mal auf. Ja. Hey. Oh mein Gott, ich hoffe, du verlierst alles. Nein. Ja, oh mein Gott. Es ist alles verbrannt, Bro. Es ist alles verbrannt. Hä, ich bin bei Gabe gespawnt. Ich sehe nur noch deine Diaboots. Ich sehe nur noch deine Diaboots. Ey, das kann doch nicht sein. Das ist doch so unfair, Bro. Okay, du musst bei mir rein hier und dann kannst du zu dir rüber. Ja, dann gehe ich zu dir rüber. Guck mal, ich hab die ja jetzt auch gerade. Gib die, gib die ja. Ey, ich kann hier gar nicht vorbei, weil es über Lava ist. Nooil. Oh, oh mein Gott, raus da. Ja, okay. Ich muss meine Diaboots holen. Ich würde mir die auch holen, wenn ich du wäre. Oh nein, ich hab hier einen Schleimblock. Ey, ich verbrenne gerade. Hört dich auf. Okay, ich hab noch wenigstens zwei Knochen bekommen. Aber ey, ich hab bald nie verloren. Das ist doch unfair. Alter, du hast alles verloren. Wie bitter. Okay, komm, wir machen weiter auf. Und direkt noch eine Falle. Was? Mein Gott, okay, warte, sollst du dir denn rüberkommen? Ich hab nur Pech. Ich hab gerade nur Pech. Ich hab gerade nur Pech. Okay, komm, ich mach hier das nächste Ding. Ja. Ich bin langsam. Nein. Ich bin auch langsam. Ich hab das auch abbekommen. Hä, als auch? Okay, warte, ich mach mal ihn auf. Und? Hey, der nächste Durchgang. Noch mal so eine Hütte. Ich glaub's nicht. Ist ja richtig verrückt. Komm, lass dir den nächsten Lucky Buck aufmachen. Alter, das ist aber voll rangezoomt gerade. Oh, entscharnete Diahose. Ey, Mann. Okay, wenigstens etwas. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gut, Kaspar. Geh bloß drauf. Nein, 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 gar nicht gut. Das tut weh. Meine Rüste geht doch kaputt, oder? Herz des Meeres Gegenstand. Okay. Hä? Keine Ahnung, was ich machen kann. Oh Gott, ich komm ein bisschen aufpassen. Hä? Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Wow. Wow. Alter, jetzt muss ich... TNT. Ja, ja, aus dem Nichts einfach, ne? Alter, von oben. Wow, eine normale Eisenbrustplatte. Ich hab jetzt langsam Angst, dass ich hier blöde Sachen bekomme. Sag mal. Ich hab auch mal, dass du gleich blöde Sachen bekommst. Das kann ich angehen. Immer die ersten Checkpoint schon mal. Ich brauch jedenfalls was zu essen. Ich bin nicht full life, oder? Ja, ich hab auch langsam Hunger. Ey, wow, jetzt krieg ich goldene Boots. Oh mein Gott, und ich hab ein Buch bekommen mit Schärfe 5. Was? Könnte ich irgendwas verzaubern. Ey, das ist so unfair, ne? Oh, ich hab ein Enderei. Ein Enderei. Oh mein Gott. Nochmal ein Schwert. Nein. Alter. Mit Schärfe 3 nur. Was? Immerhin. Immerhin. Was? Ey, ich krieg wieder eine Diamant-Hose. Ich hab da schon eine Diamant-Hose. Ja. Und Essen. Jawohl, und leckere Cookies. Ey, das ist so unfair, Alter. Die schmecken auch gut. Ja gut, das hab ich wenigstens Diahelm. Ich wollt grad sagen, du bist ja... Oh. Ey, aber du bist halt doppelt entschadet. Ja. Ah, nicht mit mir, Kollege. Okay. Nicht mit mir. Glaub mir. Okay, jetzt hier das nächste Ding. Oh nein. Killer Bean. Ja. Die killt dich. Killer Bean. Die killt dich. Killer Bean, bitte nicht. Da hast du gar keine Chance. Ich hab kein Schwert. Ich hab kein Schwert. Ich würde dir eins abgeben, aber das geht leider nicht. Hilfe. Ey, nee. Ja, 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 ja. Tut mir leid, tut mir leid. Ich geh jetzt zu meinem Checkpoint und lass mich killen. Los, ihr blöden Killer Bean. Aua. Oh Gott, oh Gott. Aua. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das überlebst du nicht. Hey, jetzt hauen die ab. Was? Hä? Aua. Ja, wir sind freundlich geworden. Ah. Lol. Ey, ich hab ein Herz. Komm, greif mich an. Ja, mit einem Herz kannst du in den Kampf eingehen, da seh ich mich. Ey, greif mich doch an, jetzt greif mich nicht mal an, ey. Das kann doch nicht sein. Jetzt, sag, und. Yo, er kriegt auch ein Level. Das ist hier. Was ist das denn? Och, nee. Nee. Alter, du hast aber auch echt Pech heute. Nur Pech, die sollen abhauen jetzt. Lass mich in Ruhe. Was soll los? Du hast halt echt, was ist ja richtig Pech. Lass mich in Ruhe. Wodurch, glaube ich, lass mich killen. Ich glaube, ich lass mich killen. Das macht mehr Sinn. Komm. Komm schon. Oh, nein. Das glaubst du nicht. Was? Wir haben alle deine Sachen eingedudelt. Nein. Wir haben alle deine Sachen eingesammelt. Aua, ist der gut. Ey, der hat so eine riesige Reichweite. Bro, du hast jetzt gar nichts mehr. Hä? Du hast wieder eine Dierhose sammelt gleich ein. Pass auf. Der soll mal abhauen. Hast du ein Schwert oder sowas? Ich hab ein Schwert. Oh, Alter. Sehr gut. Hat der jetzt sogar noch ein Clip gedroppt, oder nicht? Ja, der hat meine Sachen halt eingesammelt. Das war halt das Ding. Okay, jetzt kann es weitergehen. Kein Problem. Alles gut. Hier, ich mach auf. Mein und Milcheimer. Ey, du kriegst nie Pech, ne? Ich hab die ganze Zeit Pech, Bro. Ja, ich hab Glück. Ich hab Glück heute. Heute hast du dich Glück, ne? Also, komm schon. Ey, was ist das denn? Was ist das denn? Schildkrötenpanzer. Ist der besser als der Lied, als der Diamantpanzer? Ne, keine Ahnung. Ich glaub nicht. Ey, du kriegst noch ein Schwert. Ey. Ich seh schon, komm. Ich hab gleich einfach gar kein Schwert, mit dem ich kämpfen kann, ne? Ja, um Milch. Alter, das wärst du aber auch. Okay, warte mal. Ich krieg mal ein bisschen Milch. Goldene Karotten. Die sind auch gegen Verkipps. Was? Sehr gut. Ey, du hast so viel Glück mit deinem Equip. Ja, hab ich. Oh, endlich. Schärfe 3. Okay. Ja, Angriffsschaden 9, ne? So eins hab ich auch. Immer, immerhin. Oh Gott. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Alles gut, ich komm raus. Ich schreibe mich die Schleimlöcke an. Wo kommt die denn auf einmal her? Ja, die greifen die alle an. Sag mal, pass mal ein bisschen auf da. Du musst ja alle kaputt hauen. Ich hoffe, dein Schwert ist gleich kaputt. Ich bin schon dabei. Nein, 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 das hat auf jeden Fall noch Verlegen. LOL. Ich hab das Geld bekommen. Hä? Was krieg ich jetzt hier? Ja, wow, ist normales. Aber nicht verzaubert. Naja, es ist schlechter als mein Eisenschwert. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Was ist es? Och, was? Ohne Schärfe. Ja. Aber Verbrennung 2. Verbrennung wenigstens. Oh, das ist stark. Das ist stark. Aber ohne Schärfe, Alter. Das ist einfach 2 angeschraubt weniger. Oh. Noch eins. Jetzt sag mal bitte. Schärfe 5. Nein, das ist ein Lucky Sword. Schärfe 5, Verbrennung 2, Heilbarkeit 3, Verbrennung 3. No way, Bro. Rückstoß. Oh mein Gott, Bro. Ey, jetzt hat mich das Glück verlassen, Alter. Jetzt hat ich das Glück verlassen, Alter. Jetzt brauche ich mal Wässer. Ohne Witz. Das ist so ein krasses Schwer. Oh Mann, ich komm hier nicht hoch. Ich komm hier auch nicht hoch. Hä? Sag mal, ich bin zu schlecht dafür, glaube ich. Wieso jetzt? Ey, ich bin auch zu schlecht dafür. Warum komm hier nicht hoch? Okay, ich schaff mal auch jetzt den Checkpoint. So. Ich mach mal auf hier und ein normales Buch. Oh, goldene Karotten. So, erstmal schon mal eine essen, ne? Ganz wichtig hier. Was ist das denn? Einfach nur Wasser? Ja, ich krieg Lava, ne? Oh, Level Potion. Oh mein Gott. Hau ab hier. Schleimlöcke. Falls ich da noch was leveln kann, ne? Wer weiß. Oh mein Gott. Was hast du denn da schon wieder? Ich seh nichts. Ich hab einen ultimativen Zoom. Hä? Sag ich auch. Ich kann nichts machen. Ja, okay, du hast recht. Du hast recht. Alles, alles Idee. Oh, ich geh mal auf Entfernung. Du hast eine volle Schüssel bekommen. Ich hab eine Pilzsuppe bekommen. Ist doch eigentlich auch ganz gut, ne? Ich hab eine leere nur bekommen. Na toll, sag mal. Tja, Kollege. Komm schon, was hab ich... Na? Ja. Oh nein. Bam. Oh nein. Guck mal hier. Oh nein, 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 nein. Bam. Oh, Alter, du hast sogar Knockback da drauf, ne? Ja, ja, ich hab blühts. Ja, Knockback. Das ist richtig krass. Oh, Creeper-Köpfe. Ich bin ein Zombie. Ich bin ein... Oh, okay. Ja, moin. So, komm, nächstes Ding aufmachen hier. Mal gucken. Ja, wow. Oh mein Gott. Nein, Enderman. Jetzt krieg ich die Schärfe. Noch mehr... Ich weiß, vier Schwerter schon bekommen. Fünf Stück insgesamt. Ich brauch ein bisschen besser Rüstung. Komm, hier das nächste Ding aufmachen. Ja, du ertrinkst. Nein, 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 nein. Du ertrinkst. Du ertrinkst. Oh, schade. Oh mein Gott. Okay. Lucky Helmet. Oh mein Gott. Lucky Helm hast du auch noch. Lucky Helmet habe ich bekommen. Sehr gut. Hey, du bist jetzt fast voll enchantet, Diana. Ja, da fiel nur noch eine Hose. So. Unnormal. So, okay, ich bin drüben. Du sollst bloß kein Pech haben. Okay, Kühe. Oh nein. Raus, raus, raus. Ja, ganz viel Fleisch für mich. Nein. Sehr gut. Du kriegst sogar direkt gebrannt, das Fleisch. Direkt gebrannt, ja, ja. So, jetzt habe ich hier extrem viel Fleisch. Komm schon. Oh, und noch mehr Fleisch. Mann, ey, das glaube ich nicht. Ey, gut, zu viel Essen brauchen wir aber auch nachher nicht, ne? Das ist halt das Ding. Wir kommen schon jetzt hier. Ja, das brauche ich nicht. Oh, eine Rose. Hier für dich, Kas. Oh, kann ich gar nicht setzen. Ja, bitte schicke mir eine Rose. Danke. Okay, machen wir jetzt das nächste Ding auf. Oh, ey. Kann ich dir die Hose abkaufen? Ich habe doch schon eine Enchantete. Das ist genau dieselbe. Was? Warum denn? Ich habe nicht mehr Fähigkeiten bekommen. Keine Ahnung. Na gut, okay, weiter geht's. Ist ja komisch. Komm, ich mache jetzt das nächste Ding. Eine Suppe. Wichtig. Ey, goldene Schwerte. Jetzt kriegt ein schlechtes Sterbevierschwert, was kaputt ist. Wow. Jetzt, wenn man hier drauf geht, ne? Bro. Oh mein Gott. Oh mein Gott, bro. Oh Gott, der Ovi King. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott. Komm, du schaffst es, du schaffst es. Ey, ich muss ja erstmal aufhören zu verbrennen. Nein, 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 rüber jetzt mit dir da, los. Ne, ne, ich muss erstmal mein Leben, muss erstmal sich gerade regenerieren. Hä? Deine Ovi ist auch viel einfacher gewesen. Guck, wie weit ich springen muss. Hä? Du musst auch bei dem... Stimmt. Ja, stimmt. Warte, kann ich nicht einfach... Angst habe, Angst habe. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Zeig dir mal, zeig dir mal. Und mit Anlauf. Und los. Oh Gott. Oh Gott, oh. Oh mein Gott. Nicht schlecht. Und noch eine Suppe. Okay, optimal. Und eine Pickaxe. Ey, ich habe so viel Essen jetzt, ne? Das ist nicht mehr normal. Komm schon. Ja gut, das bringt mir jetzt nicht wirklich viel. Ey, hier sind mehrere Lucky Blöcke jetzt. Und Diablock, ja. Juhu. Endlich. Ey, die Glocke... Doch jetzt. Ne Glocke, sag mal. Ja, ne Glocke, kannst du mal sehen. Und ne Kuh, hier. Oh, Goldblöcke, aber leider keine Spitzhacke. Ah, okay. Oh, nee. Ey, kannst du mal aufhören? Und der nächste Milcheimer. Bei mir genauso. Schau mal, wir haben jetzt eigene Häuser, Kasper. Hä? Ich sehe es. Gerade unten noch ein Goldblatt. Oh, ein Villager zum Traden. Oh, ich habe aber nichts Gutes. Ey, Mann. Ja, du hast auch noch nicht mal Emeralds. Okay, warte mal. Ist hier eine Craftingbox drin? Hä? Hä? Wo geht's hier lang? Wie sollen wir jetzt hier durch? Abbauen. Ich glaube, man soll das abbauen. Ey, ich muss jetzt hier einfach so ein Dingblock abbauen, Alter. Ey, Mann. Ich nehme jetzt auch das Holz und mache mir daraus eine Craftingbox. Ja. Ja, ist glaube ich nicht verkehrt. Hast du auf jeden Fall recht. Hast du auf jeden Fall recht? Okay. Ich habe jetzt auch schon mal eine Craftingbox. So, warte. So, und zack. Nehmen wir die ganze Zeit mit hier. Okay. Machen wir das nächste Ding hier auf, ne? So. Ja. Ich mache mir ganz kurz die Diabrede. Oh, ein goldenen Apfel. Oh. Ein verzauberter Apfel sogar. Hä? Nein, weißt du, wie viele Herzen du dafür bekommst? Ich glaube, vier Herzen oder so. Boni. Tja, Kollege. Das nächste Ding. Hier und... Nein. Was ist jetzt los? Ah. Bist du da? Ah. Es ist alles dunkel. Du bist in einem Obsidianblock drin. Nein, oder? Ertrinkst du gerade? Oh mein Gott. Ja, ich ertrinke. Oh mein Gott. Das glaube ich nicht, Digga. Ich werde ja alles jetzt. Ich konnte mich rausbauen mit der krassen Spitzhacke. Wo hast du überhaupt eine Spitzhacke her? Ich habe die gefunden. Oh mein Gott, ich konnte mich rausbauen. Ja. Was? Die muss verzwungen. Warte mal, ich teste mal auf. Oh mein Gott, guck mal, wie schnell die abbaut. Ey, wie unfair ist das denn? Du hast ja so viel Glück jetzt gerade gehabt. Alter. Oh Gott. Hau ab hier. Ich bin jetzt sogar noch ein bisschen schlauer als du. Wieso? Ich mache mir jetzt eine Kiste. Ey, die spammt mich komplett tot. Ja, besser ist das. Ich mache mir jetzt nämlich eine Kiste. Was für eine Kiste? Damit ich meine Sachen reinlagere. So, ich mache schon mal das meiste jetzt erstmal hier, dass ich das nicht brauche. Weg. Auf, weg, auf, weg. Okay, okay, Kollege. Ich habe Angst. Weil du hast gerade, ich habe gerade keine. Aber jetzt haben wir hier mal nicht so einen Angsthase heute. Warte, ich muss noch kurz ein paar Cookies ballern. Und goldene Pferdrüstung. Wozu auch immer. Okay, okay, okay. So gut ist es jetzt für mich. So, dann nehme ich mal ganz das hier mit meiner Kiste mit. Und mein Stuff. Oh, ich ja lasse es regnen. Oh nee. Oh nee, oder nicht schon wieder. Sorry. Ey, wie lange wird das jetzt regnen? So, ich komme jetzt hier gerade schon mal zu dir nach oben. Ich habe das gerade schon. Ja, komm ran hier. Es hat jetzt schon aufgehört. Es hat jetzt schon aufgehört. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, okay. Ähm, ich glaube, ich nehme mal den nächsten auf hier. Fische. Was bin ich jetzt hier? Bam, bam. Schön zu essen. Einen goldenen Helm. Einen goldenen Helm. Okay, okay, okay. Das ist auf jeden Fall stabil. Oh nein, raus, raus. Oh mein Gott, Bro. Nein, das ist erst schon wieder. Es kann nicht sein. Ich bin gerade rausgekommen. Hä, wie viel Glück hast du bitte? Guck mal, ich wäre da draufgegangen jetzt, ne? Oh mein Gott. So, ich mache jetzt schon mal ein paar weitere auf. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott. Ja, komm, der killt dich jetzt. Killt er mich jetzt? Du musst den ab kaputt haben, solange er noch in der Luft schwebt. Solange er noch nah ist. Oh, der ist ja sonst wohin geflogen. Alter, einfach Tischtennis mit dem gespielt. Einfach Tischtennis. Okay, machen wir das nächste Ding hier auf, ne? Ey, ich kicke nur blöde Schwerter, das brauche ich alles nicht. Tja, Kollege. Nimm jetzt hier direkt mal eine Kiste wieder mit, ne? Dass du eine Spitzacke bekommen hast, ist so unfair, Bro. Wo hat man, ach da, hier kann man durchgehen. Ah, hier kann man so durchgehen, ne? Okay. So, ich mache mal das nächste auf und... Checky-Pointy hier, ne? Ey, du hast aber auch wirklich Angst, ne? Dass du mit den Kisten da immer so... Ja, na klar. Wenn man halt drauf geht, dann geht man drauf, mein Gott. Ich habe damals in einer Folge mal meine krasse Sachen verloren. Und dann hat man direkt das Bettel verloren. Wenn man drauf geht... Oh, oh. Hallo, liebe Gühe. Ja, okay. Ey, jetzt hast du auch ein kleines Haus. Au, ich bin vergiftet. Diese blöden... Aber ich komme nicht rüber. Die blöden Fische. Oh Gott, nein! In die Spinnwege. Hier oben! Ich bin hier oben! Warum denn? Oh Gott, ich bin von meinem Lucky Block mir nicht hochgeschoben. Alter. Okay, komm, ich mache jetzt den nächsten ohne Kiste auf. Ja, ist so, du Angsthase, sag mal. Nix da hier. Ja, guck mal, zack. Oh, und... Oh, oh mein Gott. Okay, einfach gerade vorbei. Einfach nichts machen. Ja, ich weiß. Einfach nichts machen, lieber. Das ist, glaube ich, schon ein bisschen besser jetzt, ne? Bekommen wir mir jetzt den nächsten auf, ne? Yo, aufmachen. Was kriegst du? Eisenschuhe. Warum auch immer, Alter? Aha, okay. So, hier. Was haben wir hier? Goldmach... Oh, wir haben nur Stein. Ich kriege jetzt gerade voll die komischen... Ja, ein Goldapfel. Eine rote Beete-Suppe. Ja, wow, das bringt ja gar nichts. Oh mein Gott, Bro. Wow, einfach die ganze Zeit so blitze. Sag mal, hau mal ab hier, blitze. Oh, endlich eine Spitzhacke. Endlich eine Effizienz. Drei Spitzhacke. Oh mein Gott. Hat doch lang genug gedauert. So. Jetzt habe ich hier... Hä? Ich habe Federfall. Oh mein Gott, raus hier. Ja. Schnell raus. Ja, wow. Das ist auch deine krasse Spitzhacke, ne? Oh, noch eine Suppe. Ey, ich kriege so viele Suppen gerade, ne? Ah. Verdammt. So. Oh mein Gott. Ja, du bist gestorben. Was? Oh, ich bin endlich wieder da, ne? Auf einmal kommt er in TNT. Sehr gut, sag mal. Alter. Guck mal, den Goldbücher will ich haben hier. Guck mal, geh ich? Ah, nichts da, Alter. Das wäre es jetzt noch für dich gewesen, ne? Jetzt haben wir noch den Goldabfüll bekommen. Schildkrötenkorb, okay. Was für Eisenwaren brauche ich nicht. Kubo jetzt auch nicht mehr. Oh, noch entschalteter Diahelm. Der Luckyhelm. Sehr gut. Den habe ich auch, den habe ich auch. Sehr gut. Sehr optimal. Oh, nein, die Giftfische. Oh, schnell Checkpoint nach oben, nach oben. Und Checkpoint. Die Giftfische. Jetzt gehen wir nach oben, Kaspar. Ja, ja, okay, okay. Jetzt geht es hier. Oh, hier sind sogar Luckyblöcke, ne? Oh, Wolf. So. Hier geht es jetzt mit dem Pack. Hey, darf ich bitte mal die Leiter hoch? Kur weiter. Und, was ist hier in dem Luckyblock drinne? So. Hä, was ist das denn? Was kriege ich da drin? Oh, Diamanten. Okay. Diamanten? Ja, aber die brauchst du eigentlich gar nicht. Ja, ist runtergefallen. Du bist doch Full-Dier schon. Ich bin auch eigentlich schon, ja, ich bin so gut wie Full-Dier. Außer meine Platte. Das hätte ich eigentlich machen können jetzt gerade. Aber egal. So, mal gucken, was kriege ich hier in dem Luckyblock drin? Nein. Nein. Was ist los? Alter, ich war gerade gefangen. Ich bin, es spawnt einfach ein Redstone-Vieereck in mir drin. Bist du mal oben? Komm ran hier. So, warte. Du brauchst ja zehn Jahre, bis du bist. Sag mal. So, okay. Okay, okay, okay. Machen wir deine Gehänger zusammen auf. Oh, ein paar Diamanten. Zwei Stück aber nur. So, ich würde sagen, ich bin bereit fürs Finale-Battle, Kaspar. Ja. Warte mal, warte mal. Ich habe hier gerade andere Sorgen. Ah, ha, ha. Schnell raus. Alter, ich sag dir, du würdest nur draufgehen, würdest du sowas bekommen. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich bin auch bereit fürs Finale-Battle. Ich bin jetzt bereit fürs Battle. Okay, du wirst jetzt sowas. Oh, ho, ho. Oh. Ey, ich wollte mit dir ein Battle machen. Okay, Faustkampf. Faustkampf. gray, aber du wirst, oh.